Die Arbeiten in unseren Videos werden durch einen Fachmann ausgeführt. Alle Erklärungen sowie Durchführungen sind lediglich eine Empfehlung der Anbieter. In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie die Schalter Ihres Kühlschrankes tauschen können. Lösen Sie zuerst die beiden Schrauben an der Unterseite der oberen Blende. Klappen Sie diese dann nach oben auf. Lösen Sie jetzt die Steckverbindungen der Leuchte. Achten Sie dabei auf die Belegung. Drücken Sie dann die Haltenasen zusammen und schieben Sie die Leuchte nach vorne aus der Blende. Setzen Sie dann die neue Leuchte in die Blende ein. Schließen Sie nun die Steckverbindungen wieder an. Achten Sie hierbei auf die Belegung. Führen Sie dies auch für den Ein-Ausschalter durch. Statt, das Neues im Liedsland. Achten Sie, selbst im Liedsland. Can Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020